Untertitelung des ZDF, 2020 Daumen hoch, daumen hoch. Stopp! Fest! Ablegen! Volldruckiger Versuch. 165 Kilo für den ersten Versuch. Das ist schon ordentlich. Stopp! Jawohl, jetzt ist es los. 165 Kilo für den Marken-Klugelrad aus Köln. Erster Versuch. Start! Fest! Ablegen! Schmal, aber gut durchgeschoben. Der Versuch. Stopp! Auf geht's! 100 Kilo. Der Daumen muss rumläufen. Genau. 145 Kilo für Raphael Schäfzig aus Köln. Stopp! Fest! Ablegen! Auf geht's! Ja klar! Paul, auch der Versuch gültig. Schmale Technik. Wahrscheinlich die 50 Kilo und zwei der Versuch. Heller! Stopp! Weine, weiter, weiter, weiter! Feck! Steck! Da wurde zu wenig dauerhaft. Ich suche jetzt noch mal 150 Kilo in den Team. Aber ja! Stopp! Weg! Weg! Leider zu schwer. 145 Kilo. Der Sascha hat die 175 schon gedrückt. Aber der kann dann im dritten wiederum konten. Machschau! Marc Blunrad jetzt aus Köln. 170 Kilo. Dritter Versuch. Schönen Damen und Herren. Stopp! Press! Jetzt raus! Weiter! Weg! Weg! Schade, schade. Was ist das beim echten Drücken? Da muss man schnell rauskommen. Das war jetzt zum Master 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. Ablegen. Ja, abdächtig. Aber lange liegen lassen. Aber trotzdem sehr gut gedrückt. Vielen Dank.